Herr Seeberger, Sie haben jetzt gerade ein paar bange Minuten in der Gondelbahn hier verbracht. Wie war denn die Zeit, dass da oben und wie haben Sie es erlebt? Für mich ist es eigentlich nicht, es hat ja eigentlich nicht stark gewinnt. Es ist ein Computer-Defekt und da hat es jetzt niemand in einem Moment schnell helfen. Und dann hat man gesehen, dass man das Schnellste und das Beste, dass man uns halt rauszuholen kann. Aber unserem Durst ist eigentlich kein Problem, wo wir treten. Das heißt, die Situation war ruhig da, wo Ihr Handtrat seid? Ja, das ist total ruhig. Wir haben da zu zweit einander kennengelernt und schniefen da selber, wie die Feuerwehr rutscht, wie die Feuerwehr. Und wir haben eigentlich ganz toll unterhalten und das mitverfolgt für das Ganze. Und die Rettung selbst, also noch das Absohler aus der Bahn, wie war das? Das habe ich eigentlich schon gekannt, weil ich eigentlich bei der Feuerwehr bin und selber mich schon öfters retten lassen habe und mitgemacht und perfekt abgelaufen.